was hast du gesagt dicke baustelle hallo und herzlich willkommen ja genau zu part nummer 24 von darktech und das ist echt eine frage dass du so was sagst eigentlich dachte ich das sagt jetzt coole sache oder sowas aber nein das ist eine dumme frage ach so ich habe doch das ist jetzt wirklich eingegeben nein irgendwie irgendwie glaube ich der vogel kann das auswählen was zu sagen soll nein die lügerin egal wie man sich dreht der arsch bleibt immerhin er lacht sich erst mal kaputt der erstickt mir gleich ich brauche 29 level ich hab 26 auch 29 ich hab 26 niemals das ist übrigens die magischen ließen muss ich dir könnt ihr runterladen nun steigwerbung in der beschreibung nicht wie die beschreibung ich bin ich sicher so dumm was jetzt perfekt im klick so jetzt ist sicher so dumm das ist ich auch cool es ist sicher ist sicher ist cool wahrscheinlich es ist gut an es ist gut dran hört sich ja nur gut an also wenn es ist wenn es ist in den grüßen ich habe keine laune merkt man auf jeden fall ich habe gesagt witze ja also man merkt auf jeden fall ich bin ich krebs bieten die bett wenn er denn spiegel das ist alles eingegeben das sind die forschen den gebeten das hier zum beispiel ich bin ein 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 ich stehe gerade an der Monsterfalle nochmal ich stecke ich war ich bin schwul ich war gleich vom tisch das kann ich nicht zulassen und die kann sich das das ist das was ich nicht eingebe heini ist heini cool ja was ist heini was hast du alles im momentar Adolf das ist unsichtbar Eich viel Eichel viel Eichel ein Elektronik-Circuit, viel Copper und Bronze-Zeugs so, hier kann ich ein Zimmer reinbauen warte ich mach nämlich kurz Keep Inventory aus nein also bitte kurz niemand sterben bitte nicht sterben bitte nicht stören das sagt bestimmt auch der Pilot von dem Flugzeug bitte nicht sterben ey du Arsch ich will nur deine Level so, dann kommt nicht mehr du dreckiger du dreckiger so, hier kannst du ja wieder deine Sachen nennen dreckiger Huren, die du sterben ey du hast mir nicht alles gegeben äh ja warte klar, mach das mach das wir zwischendurch die Magie Schimmigsmuschi mal dazu lassen damit ich auch mal was sagen kann ich hab so viel Sachen alter kein Zweifel das sind doch bestimmt alles noch meine Sachen so, ich brauch jetzt noch, äh, zwei Level ich bin dein Helferlein, ich muss deine Sachen haben, du Vogel eine tolle Idee ja auf jeden Fall die teile ich gerne mit dir sicher nicht ein Korb von einer App ja das finde ich jetzt böse von der ich bin mein Beatboxer Pro Box vielleicht fällt dir noch etwas besseres ein nö oh Junge lol äh, ich kann nur noch mal her ich kann nur auf mein Level äh, keep inventory zu mal warten ach echt hab ich auch alles wieder angemacht nein, nein, und nochmals nein ach echt, nein nein, 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 nein lass uns das lieber okay ich werd's lassen, weil du's bist weil du's bist weil du's bist aber nur, weil du's bist aber wer sieht, dass es dich gibt haha, ich bin bestest auf die Welt der besteste du bist ein Besen von der Welt ach ja, während man kann kein Lied or Mace Raiden und man braucht kein Lied ja, ich weiß, dass man kein Glied, äh, Mace Raiden kann warum? wow, weil du ein Glied im Mace Raiden hast ja, ein Glied ja, das ist ab und zu mal weil ich das auch aufmarscheinschmeiße ja, äh, meins hat sich da, äh, verfangen dein Glied hat sich da verfangen na, hol das Glied da wieder raus ich hab ein Zombie Brain gefunden du hast ein Glied in den Mace Raiden von mir reingetan du bist so ekelhaft, ey was ist dein Glied Mace Raiden, damit du mehrere hast, oder was? ja, auf jeden Fall wenn ich das zwar hab es gibt ja so ein Mensch, ne? das war meine Nachricht das ist der Glied füßler nnm pardon tronosul oh Gott, bohr doch mal 3,50 Milliarden Skelette pfff Die ballern sich selber. Ich ballern dich, Junge, ich hör auf deine Mutter. Deine Mutter ist eine Mutter und die hat dich auf die Welt gebracht. Ich hör, Digga, ich kann nicht rappen, aber ich kann mich deppen. Ja, 29 Level, jetzt kann ich mein Schwert reparieren, dann ist es wieder richtig. Er hat 29 Level und er hat keinen Gravel, Digga. Ich wurde von einem Skelett erschossen. Ich hab kein Gravel im Inventar, das Skelett heißt im Hintergrund, ist doch klar, Digga, ich geb dir jetzt ein paar Rhymes. Danke, ich wollte hier grad in den Keller. Rhymes. Ich bin ich. Ich muss in der Grund YouTube gucken, also seid ruhig. Ja, jetzt hab ich wieder das Schwert repariert. Ich bin ein Befehl zum Haft. Also nicht Haftbefehl, sondern Befehl zum Haft. So, Heini, ähm. Vom C zu dem A. Vom A bis C bin ich der A anus. Vom A bis Z, Digga. A bis C, Digga. Ich bin eben das B. Ich trinke gerne hohes C, das ist Fruchtsaft vom Feinsten. Äh. Schleuchwerbung. Ich trinke hohes D. Hoes D. Ich trinke hohes Z. Digga. Ja. aber da ist ja und dann heißt es einfach nur hier ist wie wir wollen die spitzsacke ich habe ein soviel nur die es hat effizienz und bau bei jedem immer so bist du bist du bist du nicht mehr abbauen kannst als nach oben weil das die perfekte höhe und ich baue hier weiter das hier machen werden los liebst du adolf hittler ja ich liebe ihn und wie ein vater für mich wir müssen noch mal dann ist das vier spitzsacke er wurde ist ein bisschen aufgerissen ja das machen wir dann weg die spitzsacke ist aufgerissen ich habe eigentlich an was anderes glaubt dieser hinreißen die sind wieder dreißig level weg aber Pottel auf in Chanty machen in 4.5 den mann abzuhören in den die kann man nicht machen also gab es um jedenfalls auf jeden Fall aber vielleicht kann man den hier machen Ne, ok, geht nicht, schade. Kann man nicht. Botler. Botler, lol. Heh, Bachelor. Bachelor. Ich crafte mit dem Bachelor. Ja, meinen Turtle-Betler. Äh, auch Melee Turtle genannt? Ich nenne die auch gerne Schnurrer. Borer. Borat. Morat. Ne, ne, ich schätze kein Borat. Morat. Ne, kennst du nicht. Ne, kennst du nicht. Du bist so schlecht, alter. Dann biegst du mal Eichel nach hinten. What the fuck. What the fuck, mein Bildschirm, oh. Er war schwarz. Er war schwarz. Er war schwarz. Er war schwarz, als ob plötzlich war er weiß. So, ich mach hier mein Lagersystem, nehme ich rein. Du bist auch so ein Lagersystem. Deine Mutter ist ein Lagersystem. Nö. Deine Mutter ist ein Lagersystem. Deine Mutter ist kein Lagerfeld. Du bist ein Lagerregal. Deine Mutter. Ist deine Mutter, alter. Oh mein Gott, hab ich euch ernsthaft gemacht. Du scheiß, wie ich dreckig. Ich weiß. Halt die... Phrase. 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 Gumgum. Dumgum, gibi gumgum. Gib dir. Gib mir dir acht. Gib mir dir acht. Gib mir dir acht. Töch, soll ich dir helfen? Jo. Mach nur die Steine weg, die Erde mach ich weg. Geht dann mal. Och. Oh, auch mal ist. Äh, auch nein. Ach shit. Bedroht. Was ist das? Keine Ahne. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist ein Terraformer. Terraformer ist so ein Terraformer-Ding. Das macht die Terraria besser. Terraformer ist Gronkh. Wenn der mal fertig wird irgendwann. Ja. Genauso wie ich mit meinem komm. Hallo, herzlich willkommen. Part 3495. Ja. Mittlerweile haben wir es ja geschafft. Ähm. Ein Holzhütte zu bauen. Und jetzt fragen wir uns an Steinhütte dran. Also wir sehen uns in 365.000 Milliarden Parts wieder. Eine Villa zu bauen. Um ein Villa zu bauen. Okay. Da braucht da 3 Billiarden. Eine Villa zu bauen. Dann hat er noch längeren Part. Das sieht aus wie Jesus. Du siehst. 85 und deine. Ah, ich bin ja nicht fertig. Ich bin ja nicht fertig. Ich werde glaube ich nie fertig. Und bald kommt auch Minecraft 2.0 raus. Nö. Das wurde wieder abgeschätzt. Also kann Mojang jetzt weitermachen oder wie. Mojang. Weiß sie nicht. Abgeschätzt. Es wurde abgeschätzt. 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 Das war kein Hildhaus. Nein. Das ist das Hildhaus. Und dann ist das Hildhaus. Aber wir zeigen das ist das Hildhaus. Hild. Hild. Ab der Hell, Digga. Ab der trotzdem. Das ist der Rollin. Ich weiß den Rest nicht. Fick deine Mutter denn ich kann es. Nicht. ja es gibt ein piller mal ein piller meine ich wenn du in flam ist ich habe eine hand so wenn du eine ich habe nämlich eine diamantik kann ich kann den er sagt hier geben ich habe ich bin nicht mehr da schneide wie eine schere schnee würde zu eiskompressen was für mich und das hat das viele bis es gibt beschadungen nach so viel von 1 2 3 als weiterkett von 6 7 wer hat meinen schuggerieben die röhrer reiten bereisen Hitler Stiebe Ich brauche einen Level an, mache ich Efficient hier auf meine Spitze. Acht du. Fittchen. Okay, Gruppe 3. Du kannst ja auch deinen Spitze auf Level 1 verzaukeln, Hanni. Jo, wo ist denn das? Nimm einfach Fackeln, mach die an die Bücherregale dran, dann geht, äh, dann geht, ähm, dann gehen die Bücherregale nicht mehr. Okay. Leck, leck. Weil ab, abzubauen, ähm, es kostet viel zu viel, weil wir nicht mehr so viel rausbekommen haben. Ja. Esst. Was? Essen gesund. Oder bau den Zaubertisch auf und stellen da schnell irgendwo anders hin. Ich da auch schnell. Ich hab keine Spitze, ne? Ey, du hast dir doch gerade eine gecraftet. Nein. Doch. Hm, nein. Wieso nicht? Ja, weil? Boah, ich will Looting auf meinem Schwert. Ich hab, glaub ich, gar kein Looting-Buch. Ne, hab ich nicht. Hm. Bist du gerade in meinem Keller, Heini? Ja, ich bin gerade in nem Kilo und Kraft. Mit Kilo und Kraft. Mit Kilo und Kraft. Mit Kilo und Kraft. Ja. Das lag gibt so ein bisschen. Nicht. Hm. So, ich nehm noch ein bisschen Marble auch mit. Macht das? Oh, Lag-O-Meter. Okay, es gibt einen Lag-O-Meter. Ernsthaft? Ja. Wie macht man das? Ja. Ja, gar nicht. Das gibt's nicht. Natürlich. Äh. Ja, ne, ich mein, ich mein nicht Craften, du Vogel, bei den Optionen. Ah, ja. Okay, äh, ich geh wieder hin. Warte, ich will, warte, du kriegst jetzt meine Boots of the Traveler, kann ich die verzaubern? Ja, aber was denn? Äh, vielleicht auf Unbreaking? Ja, die kann man verzaubern, weil die sind nämlich fast kaputt. Äh, dann, ja, nimm die Drops denn mal. Drops denn? Dann können wir die irgendwann machen. Wenn wir dann Drops denn, ne? Drops denn. Na, direkt auf. Ja, wer anders hat auch Sachen, die mich sehr aufregen. Was, was hab ich, was dich aufregt? Sag's mir. Nein. Sag's mir. Nein. Du mit deiner Mies-Motion. Ich hau dich gleich, ich sag's mir. Wie geil. Ich, ich fahr zu dir und taue dich. Wenn du sagst mir das jetzt oder ich, ich töte dich bevor du lebst. Ja, mach das. Ja, auf jeden. Digga. Ja, Digga, der hat dir die Nüsse. Schweinsterb. Du Schwein. Miau. Das hört sich ein Schwein an. Ja, auf jeden Fall, was sonst? Ich bin über dir, Heini. Nein. Ich steh über dir. Oh, ist das so dunkel, Alter. Ich wollt's nicht schwarz haben. Irgendwas wollte ich grad machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Das ist doch voll hässlich, Alter. Ich will keine schwarzen, äh, schwarzen. Oh Gott. Das hab ich jetzt nicht so gesagt, wie ich sagen wollte. Geh mal da rein, Heini. Geh in das Portal. Das ist mein Wernos Keller. Klopp. Ey. Hallo. Lass das Portal weg. Ich bin ein Checker, hol mich hier raus. Wernos, du hast eine neue Besucherin in deinem Keller. Besucherin vor allem. Ich weiß gar nicht wo. In deinem Keller. In deinem Keller. Ja, die bin ich hier. Achso. Ich bin ein Checker, hol mich hier raus. Hallo Checker. Hol mich hier raus. Da. Hinter dir. Ja. Leck-O-Meter. Kannst du da durch? So. Geh. Lauf. Wie sie. Och la. Schleck gar nicht oder so. Leck mir an die Nüsse. Hm. Hey. Komm schon, töt mich. Töt mich. Töt mich. Egal für Licht. Ich mach jetzt. Es ist ein Buch, Alter. Alter. Komm, töt mich. Wer ist, du bist töt? So, wenn du weggekommen bist, hat das deine Mutter auch gesagt. Komm, töt mich. Danke. So, bin ich weg. Slash tp Psychos. Oh. Slash tp Vernus. Hm. Geht immer noch nicht. Willis, ich glaub du musst bei deinem Keller. Da ist was. Irgendwas. Da sitzt. Vieh. Da ist eine große Plage. So groß kann sie sein. Ja, hab sie schon beseitigt. Danke. Viel out of se. Viel out of the world. Man, naja, sieh zu groß. Nein. Das kann ich dir jetzt irgendwie nicht glauben. Ich hab den dicksten Hoden in ganz Deutschland. Ich quitt. Die dicksten Hoden in ganz Deutschland. Deutsch. Wieso kommen wir da zu Pils and Lani? Ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Wo du da hinkommst? Mein Waypoint heißt einfach mal Fußpils. Mach die Augen zu und zähl bis 20, Rani. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Langsam mal. Eins, zwei, drei, vier, achtzehn. Eins, zwei, drei, vier, achtzehn. Eich, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne. Ich sag jetzt, schau bis zum nächsten Mal. In. Bye. Oh, kacke. Bye. Anna. Viere. Barsche! between